Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab November 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf Stadtmitte. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Bei einer Wohnfläche von ca. 36 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 650 Euro pro Monat. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung.